Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einer Plugin Vorstellung von mir. Ich stelle euch heute das Plugin WAR vor. Das Plugin hat die Vorurteile, es ist Team Damage. Man kann also mehrere Teams stellen, nicht mehr als zwei natürlich. Es gibt Capture Flag, dann Capture Bomb, es gibt Hail Monumente und andere Sachen halt noch. Jetzt zeige ich euch mal, wie man so ein WAR-Dings erstellt. Ihr macht als erstes Set Zone, dann Name. Ich nenne das mal WAR. Ach. Machen wir das WAR-Hoop. Dann habe ich jetzt da die erste Korne gleich mal und eine zweite. So, das erste habe ich jetzt Created. Jetzt muss ich dann nur noch die Teams setzen, die Flags. Set Team Red. Ach so. Da bin ich jetzt nicht drin. Da habe ich jetzt Red und... So. Weiters. Also, das ist jetzt ein bisschen dämlich gemacht. Ja, ich weiß, aber so kann man das halt angemein machen. Dann kann ich jetzt Set War-Hoop. Ja, da kann man dann überall rein spawnen. Dann gibt es da auch noch... Set Team Flag. Da habe ich jetzt eine braune Team Flag. Und Set Monument. Das wird zum Heilen benötigt halt. So, die sehen die aus. Ja, und lauter solche Sachen gibt es halt. Und danke fürs Zuschauen und vielleicht gefällt euch das Plaggen. Ah ja, und wenn ihr da rein geht, dann kommt ihr natürlich automatisch zum Spawn. Mehr alles findet ihr dann in der Beschreibung, wie das dann funktioniert. Und danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Plaggen.